Obwohl Clubs und Discos wieder aufsperren, ist die Pandemie natürlich nicht vorbei. Die Delta-Variante des Coronavirus hat das Zeug zum Game Changer und zwar im negativen Sinn. Schon in zwei Monaten könnte diese Mutation nämlich dominant sein. Um sie in Schach halten zu können, braucht man verlässliche Daten, die man mit PCR-Tests gewinnen kann. Aber diese Tests werden immer seltener in Österreich durchgeführt. Fünf bis zehn Prozent. So hoch ist derzeit der Anteil der Delta-Variante in Wien. In spätestens zwei Monaten soll sie dominant sein. Diese Delta-Variante ist ungefähr 60 Prozent infektiöser als die britische Variante. Also die ist insgesamt schon 100 Prozent infektiöser als der Wildtyp. Ein klares Bild, wie stark Delta bereits zirkuliert, bekommt man nur durch PCR-Tests. Und der PCR-Test bringt im Vergleich zum Antigentest ein bis zwei Wochen Vorsprung im Kampf gegen die Variante. Wenn zu wenig PCR-Tests durchgeführt werden, dann erfasst man die Infektion von jeden Einzelnen dementsprechend später. Und diese Infektion kann sich dann eben weiter ausbreiten, weil bis man weiß, dass diese Person infiziert ist, kann der eben noch andere anstecken. Seit Anfang April hat sich die Zahl der PCR-Tests in den Bundesländern im Schnitt um 59 Prozent reduziert, weil nur Verdachtsfälle getestet werden. In Wien hingegen gibt es seither um fast 66 Prozent mehr PCR-Tests. Wegen Allesgurgelt. Wenn es nach dem Gesundheitsstadtrat geht, soll Allesgurgelt auf andere Landeshauptstädte ausgeweitet werden, auch wenn die Logistik schwieriger ist. Fix ist das nicht. Das Gesundheitsministerium arbeitet aber daran, auch in den anderen Bundesländern ein niederschwelliges PCR-Angebot für Screenings anzubieten. Die gute Nachricht zum Schluss, zwei Impfungen schützen gegen Delta und bei 80 Prozent Durchimpfungsrate erwartet die Stadt im Herbst keine Delta-Welle.